Wir wollen heute mal über die Alternative für Deutschland sprechen, über die Partei AfD. Wir wollen darüber sprechen, ob diese Partei überhaupt regierungsfähig ist, ob sie sich zu unserer freiheitlichen Grundordnung bekennt, beziehungsweise auch zu unserer Verfassung. Das sind Fragen, die dieses Video klären soll. Dafür habe ich mir einige Informationen aus dem Wikipedia-Artikel herausgegriffen. Das Ganze geht hier weniger um meine eigene politische Meinung. Ich denke, eine Demokratie muss das aushalten. Eine Demokratie, wo es linke Parteien gibt, da soll es natürlich auch rechte Parteien geben. Nur ist die Frage, sind diese Parteien regierungsfähig oder sind die überhaupt wählbar? Was stehen da für Köpfe dahinter? Das sind die Fragen, die wir versuchen zu klären in diesem Video und das möglichst neutral. Wie gesagt, aus diesem Wikipedia-Artikel hier zusammengefasst. Sämtliche Fußnoten und Erklärungen könnt ihr euch im Artikel selber raussuchen. Ich verlinke den in der Videobeschreibung. Die Alternative für Deutschland, Kurzbezeichnung AfD, ist eine rechtspopulistische und rechtsextreme politische Partei in Deutschland. Sie wurde 2013 als europaskeptische und nationalliberale Partei gegründet und kandidierte zur Bundestagswahl 2013, bei der sie mit 4,7 Prozent der Stimmen nur knapp am Einzug ins Parlament scheiterte. Im Juli 2015 spaltete sich unter Bernd Lucke ein wirtschaftsliberaler Flügel ab und formierte sich als Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch, während sich der überwiegende Rest der Partei unter Frauke Petry und Jörg Meuthen deutlich nach rechts entwickelte. Unmittelbar nach der Bundestagswahl 2017 trat auch die Vorsitzende Petry aus der AfD aus. Im Januar 2022 folgte Meuthen, da sich die Partei seiner Meinung nach sehr weit nach rechts mit totalitären Zügen entwickelt habe und in weiten Teilen nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehe. Bei der Europawahl 2014 gelang der AfD erstmals der Einzug in ein überregionales Parlament. In der Folge zog sie in alle deutschen Landesparlamente und nach der Bundestagswahl 2017 mit 12,6 Prozent der Stimmen in den 19. Deutschen Bundestag ein. Seit der Bundestagswahl 2021 ist die AfD fünftstärkste Kraft, bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022 schied sie erstmals wegen der 5-Prozent-Sperrklausel aus einem Landesparlament wieder aus. Die Zugewinne der AfD seit 2013 werden sowohl auf die Mobilisierung vormaliger Nichtwähler als auch auf Wechselwähler von CDU, FDP und Linkspartei sowie in geringerem Maße auch von SPD zurückgeführt. Während zunächst überwiegend von Protestwählern gesprochen wurde, beobachtet man inzwischen die Herausbildung einer Stammwählerschaft, die durch die Ziele einer kulturell homogenen Gesellschaft und einer restriktiven Zuwanderungspolitik vereint wird. Auf der Basis von EU-Skepsis und Nationalismus gibt es in der AfD verschiedene, teils widersprüchliche innerparteiliche Vereinigungen, informelle Parteiflügel und Einzelmeinungen. Neben nach den Abspaltungen verbliebenen nationalkonservativen, wirtschaftsliberalen, wertkonservativen, christlich-fundamentalistischen und direktdemokratischen Kräften haben sich innerhalb der Parteimitglieder organisiert, die autoritäre, völkisch-nationalistische, homophobe, antifeministische, antisemitische und geschichtsrevisionistische Positionen vertreten. Als einzige Partei im Deutschen Bundestag bezweifelt die AfD, entgegen dem wissenschaftlichen Konsens zum Thema, dass die globale Erwärmung vom Menschen verursacht ist. Als Sammelbecken rechtsextremer Kräfte innerhalb der Partei gilt der offiziell aufgelöste, aber weiter aktive völkisch-nationalistische Flügel um den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke. Er konnte bei innerparteilichen Abstimmungen 2019 bis zu 40 Prozent der Delegierten hinter sich bringen. Mehrere Landesverbände und andere Teile der Partei unterhalten Verbindungen zu neurechten Gruppierungen, beispielsweise zur rechtsextremen Identitären Bewegung und der islamfeindlichen Organisation PEGIDA. Sie werden seit 2018 von verschiedenen Landesbehörden für Verfassungsschutz beobachtet. Im März 2022 entschied das Verwaltungsgericht Köln auf eine Klage der AfD, dass auch das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall einordnen und beobachten darf. Nach Einschätzung des Soziologen Wilhelm Heidmeier wendet sich die AfD gegen die offene Gesellschaft und die liberale Demokratie. Basierend auf einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit werde Diskriminierung und Gewalt etwa gegen Einwanderer als Notwehr ausgegeben. Als Antwort auf persönliche oder wirtschaftliche Kontrollverluste wie einen drabiate englobalisierte in Finanzkapitalismus über der rigide Kontrolle angestrebt. Dieser autoritäre Nationalradikalismus über 74 Ziele auf gesellschaftliche und politische Institutionen wie Parlamente, Gerichte, Polizei, Schulen, Vereine oder Theater. Er will destabilisieren, Verängstigungsdruck erzeugen und einen Systemwechsel in Gang setzen. Als Beispiel für »Demokratieverachtung« wurden in der Süddeutschen Zeitung Aussagen in Björn Höckes Buch nie zweimal in denselben Fluss genannt. Darin entwickelt er die Vorstellung, die deutsche Demokratie befinde sich im letzten Degenerationsstadium, in der Oklokratie, die im Sinn des Phasenmodells Niccolo Machiavellis nur durch einen Alleinherrscher überwunden werden könne. Dieser Mittler des Volkes müsse sich seines verkümmerten männlichen Selbstbewusstseins entledigen und die Tugenden der Wehrhaftigkeit, Weisheit, Unerbittlichkeit, Härte gegen sich und besonders gegen andere wieder kultivieren lernen, in einem Waderlass sollten politische Gegner aus Deutschland ausgeschlossen werden. Höcke entwirft eine Strategie zur Rückeroberung Deutschlands von »Fremde in Völkerschaften«, zitiert Hegel. Mit der Aussage, brandige Glieder können nicht mit Lavendelwasser geheilt werden. Der Verwesung nahes Leben kann nur durch das gewaltsamste Verfahren reorganisiert werden und fordert unter Bezug auf. Peter Sloterdijks »Politik der wohltemperierten Grausamkeit«, ein groß angelegtes Remigrationsprojekt. Mario Funke folgerte aus einer Analyse dieser Äußerungen. Wenn wir Höcke also an seiner Sprache messen, so geht es ihm um eine nicht nur ethnische, sondern auch politische Säuberung und um das Einsetzen staatlicher Gewalt gegen beliebig definierte Feinde. In ihrem Grundsatzprogramm von 2016 lehnte sie die Europäische Union, EU, als politisches Bündnis ab und befürwortete lediglich eine Wirtschaftsgemeinschaft ähnlich deren Vorläufer EWG. Der Euro wurde als Experiment bezeichnet, das beendet werden solle, über den Verbleib in der Eurozone wollte die Partei eine Volksabstimmung ansetzen. Das Steuerrecht soll nach dem Vorbild des Kirchhof-Modells gestaltet und Steuern für insbesondere hohe Einkommen gesenkt werden. Das Modell sieht einen Höchststörsatz von 25 statt der aktuellen 45 Prozent vor. Die Steuereinnahmen für den Staat würden damit deutlich geringer. Die Erbschaftssteuer will die AfD abschaffen, die Gewerbesteuer überprüfen. Die Positionen der AfD basieren auf einer grundsätzlichen Leugnung der menschengemachten globalen Erwärmung. Im Programm zur Europawahl 2019 schrieb die Partei, in allen Klimazonen der Erde wandle sich das Klima naturgesetzlich, seitdem die Erde besteht. Ein konstantes Klima über längere Zeiträume gäbe es nicht. Man bezweifle aus guten Gründen, dass der Mensch den jüngsten Klimawandel, insbesondere die gegenwärtige Erwärmung, maßgeblich beeinflusst hat oder gar steuern könnte. Die Landtagsfraktionen der Partei wandten sich 2016 in der Magdeburger Erklärung gegen die Sexualaufklärung in Kindergarten und Grundschule und speziell gegen die Aufklärung über sexuelle Vielfalt. Die Arbeitspolitik soll nach den Vorstellungen der AfD zu den nationalen Aufgaben der EU-Mitgliedstaaten gehören. Seit 2016 spricht sie sich für die Beibehaltung des Mindestlohns aus, ohne dabei jedoch eine konkrete Höhe zu nennen, die er betragen müsse. Gleichzeitig lehnte sie eine weitere Erhöhung des Mindestlohns ab. Mitglieder des Parteivorstandes, wie ehemaliges Mitglied Jörg Meuthen, äußerten sich auch danach noch kritisch zum Mindestlohn und schlugen stattdessen eine staatliche Aufstockung des Lohnes und damit eine Quersubventionierung von Niedriglöhnen durch den Steuerzahler vor. Das politische Angebot der AfD mit restriktiven Positionen in der Zuwanderungspolitik, einer konservativen Gesellschaftspolitik und einer Haltung gegen das politische Establishment eignet sich als radikaler Ersatz für die desorientierte politische Mitte und bedient unter anderem Ressentiment, Elitenhörs und Systementfremdung. Das hatte zur Folge, dass rechte Kleinparteien zum Teil erhebliche Mitgliederverluste an die AfD verzeichneten. Als Reaktion auf diese Entwicklung empfahl der damalige Bundessprecher Bernd Lucke im Herbst 2013 per Schreiben an die Landesverbände einen bundesweiten Aufnahmestopp für ehemalige Mitglieder rechter Splitterparteien. Eine Mitgliedschaft in der AfD sei unvereinbar mit ausländerfeindlichen, rassistischen, antisemitischen, islamfeindlichen, rechts- und linksextremen Gesinnungen, Frauke Petry, damals Vorsitzender des Sächsischen Landesverbands und Mitglied des Bundesvorstands sowie. Weitere ostdeutsche Landesverbände widersprachen Lucke und kündigten an, auch weiterhin Aufnahmeanträge von Überläufern der Partei die Freiheit zu prüfen. Es existiert zwar eine Unvereinbarkeitsliste, in der unter anderem verschiedene rechtsextreme Gruppen verzeichnet sind, deren Mitglieder nicht in die Partei aufgenommen werden sollen. Sie wird aber weder konsequent beachtet, noch ist sie eine zwingende Vorgabe für die Rekrutierung von Abgeordnetenmitarbeitern. Von den 91 im 19. Deutschen Bundestag vertretenen AfD-Abgeordneten unterhielten 13 Kontakte zu rechtsextremen Parteien bzw. Vereinigungen wie der Identitärenbewegung. Mindestens 27 Fraktions- und Abgeordnetenmitarbeiter haben nach Recherchen der Zeit einen eindeutig rechtsradikalen bis rechtsextremen Hintergrund. Das Blatt spricht von einem Nazi-Netzwerk im Deutschen Bundestag. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Neute beschäftigt in seinem Büro einen Offizier der Bundeswehr, der verdächtigt wurde, mit dem ehemaligen Oberleutnant Franco einen rechten Terroranschlag geplant zu haben. Er bekam trotz Einstufung als Rechtsextremist durch den MET und den Verfassungsschutz einen Hausausweis für den Bundestag und damit Zugang zu Informationen und Akten, die seinen Fall betreffen. Im AfD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern wurde mit Heik Jäger ein Mitglied der rechtsextremen Prepper-Gruppe Nordkreuz zum stellvertretenden Vorsitzenden des Landesfachausschusses, Innere Sicherheit, Justiz und Datenschutz gewählt. Gegen den suspendierten Polizisten laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Er soll mit seinem Dienstrechner für Nordkreuz Meldedaten von Personen beschafft haben, die auf einer Todesliste des rechtsextremen Netzwerks stehen. Viele AfD-Abgeordnete und AfD-Mitarbeiter gehören rechten Burschenschaften an, darunter auch solchen der Deutschen Burschenschaft. DB, eines völkisch-nationalistischen Dachverbands österreichischer und deutscher Studentenverbindungen. Beim Bundesparteitag im Juni 2022 in Riesa stimmten rund 60 Prozent der Delegierten dafür, den Verein Zentrum, der sich als Gewerkschaft bezeichnet, von der Unvereinbarkeitsliste zu streichen. Dafür hatte neben anderen Delegierten Björn Höcke geworden. Politiker der AfD darunter Roland Hartwig, der persönliche Berater Alice Weidels, die Bundestagsabgeordnete Gerrit Hui, Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt und Tim Krause, Pressesprecher der AfD-Fraktion des Brandenburgischen Landtags nahmen gemeinsam mit Ulrich Wosgerau, Mitgliedern der WertUnion, sowie Vertretern anderer rechtsextremer und identitärer Gruppierungen an einem konspirativen Treffen in der Nähe von Potsdam teil. Nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks soll auch Mario Müller, vorbestrafter Neonazi und Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt anwesend gewesen sein, bei der Begegnung, die im November 2023 stattfand, ging es um einen Masterplan zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, der von dem bekannten österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner vorgestellt wurde. Obwohl die AfD sich offiziell von Sellner und dessen identitärer Gruppierung distanziert, fliegen Mitglieder der AfD seit langem Kontakt zu dieser vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Szene, Sellner hatte laut dem Recherchenetzwerk Korrektiv den Anwesenden seinen Masterplan Remigration vorgestellt. Danach sollen Asylbewerber Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger Deutschland verlassen. Außerdem soll Sellner maßgeschneiderte Gesetze zur Ausübung eines hohen Anpassungsdruck auf diese Menschen veranlassen wollen und habe in diesem Zusammenhang seine Pläne für die Umsiedlung nach Nordafrika in ein Gebiet für bis zu zwei Millionen Menschen vorgeschlagen haben, wo die Abgeschobenen dann leben könnten. Ulrich Sigmund setzte sich laut Korrektiv dafür ein, auf Personen oder Unternehmen, die als ausländisch wahrgenommen werden, einen ständigen Druck auszuüben. Björn Höcke, Stern 1. April 1972 in Lünen, ist ein deutscher rechtsextremer Politiker der AfD. Seit 2014 ist er Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Im März 2015 war er Mitbegründer der rechtsextremen parteiinternen Gruppe der Flügel. Auch nach deren formeller Auflösung gilt Höcke wegen seiner guten Vernetzung als bundesweit einflussreichster Politiker in der AfD. Er vertritt Konzepte der neuen Rechten und strebt ein Bündnis ultranationalistischer Gruppen zur ethnischen Homogenisierung Deutschlands und Europas an. Sozialwissenschaftler und Historiker stellen in Höckes Äußerungen Faschismus, Rassismus, Geschichtsrevisionismus, Antisemitismus sowie Ideen und Sprache des Nationalsozialismus fest. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV, stuft Höcke als Rechtsextremisten ein und überwacht ihn seit Anfang 2020. Untertitelung des ZDF für funk, 2017